Das Internet. Wir haben damals angefangen, als ich in der Ausbildung war, dass ich einfach mal auf Ebay was eingestellt habe. Da war gerade der Ebay-Boom und das hat sich gut entwickelt. Das haben wir weiter gemacht. Mittlerweile ist daraus ein richtiges Geschäft geworden. Es war in der Zeit, auf dem alten Gelände wurde es doch etwas eng. Mittlerweile wird alles über das Internet verkauft und genauso geht es auch mit Gartenbauprodukten. Ich meine, man hat es ja so mitgemacht, aber letztendlich große Unterstützung haben wir durch Herrn Rusche erfahren. Ohne ihn wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, die Nachfrage ist auch da. Viele Leute wollen eigentlich nur noch zu Hause sitzen, im Garten bestellen und es direkt vor die Tür geliefert bekommen. Also auch wenn ein kleines Auto hat, kann einen großen Bambus kaufen. supplieres Ernst Auto hat die Tür geliefert bekommen.